Herzlich Willkommen in Berlin zum Maria Poker Event 2009. Du hast es in der Hand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du hast es in der Hand. Du hast es in der Hand. Der erste Gewinner der Maria Poker Tournee in Deutschland, Berlin 2009. Du hast es in der Hand. Wir haben hier stehen. Herzlichen Glückwunsch. Wie fühlst du dich? Im Moment nur glücklich und war sehr anstrengend. Ich bin jetzt am Schwitzen und ich kann nicht fassen. Ich habe hier die Gewinnerkarten, Queen und King. Kannst du uns sowas sagen? Ja, damit sind wir am Schluss dann im Head-up-All-In gegangen und ich habe das glückliche Händchen gehabt und habe noch zwei Könige dabei bekommen. Und der Gegner hatte einen Ass.